Ist gewonnen, sehr freilach, ist gewonnen, sehr freilach, Elimilach. Und der ungewohntem Willen, und das schlug die Gewieden, und geschickt noch die Fiedeler, die Zwei. Und als die Fiedel, die Gefiedel, haben Fiedel, die Gefiedel, haben Fiedel, die Gefiedel, haben Seid. Und als der Ewe, Elimilach, ist gewonnen, noch mehr freilach, ist gewonnen, noch mehr freilach, Elimilach. Und der Röpp gemacht, aber tolle, mit dem Schab, es röpp noch tolle, und geschickt noch die Zimbel, die Zwei. Und als die Zimbel, die Gezittler, haben Zitkel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Seid. Und als die Fiedel, die Gefiedel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Seid. Und als der Ewe, Elimilach, ist gewonnen, ist gewonnen, noch mehr freilach, Elimilach. Und der Röpp gemacht, aber tolle, mit dem Schab, es röpp noch tolle, und geschickt noch die Kapelle erhebt. Und die Kapelle gegangen, und gefiedelt, und gepeikelt, und gezimbel, bis an weißem Tag rein. Und das ist, und die Fiedler, und die Beikele, und die Zimbel, ist gewonnen, noch sehr schön und sehr fein. Und das ist, und die Fiedler, und die Beikele, und die Zimbel, ist gewonnen, noch sehr, sehr fein. Applaus Das ist, und die Fiedler, und die Beikele, Entschuldigung, die Beikele, die Beikele, der Beikele, der Beikele, die Beikele. Ich sitze unter einer Feigenbäume, einer Feigenbäume. Warum ist grün, warum ist grün, sie ist grün und grün. Ich lieg unter einer Mandelbäume, einer Mandelbäume. Er ist gewähnt bei mir in Träumen, bei mir in Ihres Träumen. Ich lieg unter einer Mandelbäume, einem Mandelbäume. Er ist gewähnt bei mir in Träumen, bei mir in den Hüttlömen. Ich lieg unter einer Mandelbäume, einem Mandelbäume. Er ist grün, warum ist grün, sie ist grün. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020